Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox zusammen mit Flo und Topps. Ihr seid kleine Kugel. Warte mal, Flo, bist du die weiße Kugel da vorne? Ich weiß gar nicht, warte. Ja, ich mag Schnitzel, das glaube ich die weiße. Oh, ich zieh, warte mal. Und? Topps weiß ich nicht. Ich mache jetzt erstmal hier, zack, ich knacke einen kleinen Fail. Hey, wie lebt man denn auf? Du musst zur Seite, zur Seite. Du musst mit der Maus zur Seite. Oh, ich weiß wie. Zack! Oh mein Gott. Okay, perfekt, perfekt. Alles klar, Leute. Wir spielen heute Golf, Flo ist neben uns. Lass mal weiter hier. So, okay. Da vorne, ich seh Topps schon am Loch. Warte mal. Ja, ich bin drin. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Das war knapp. Und? Yes, Double Boogie. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Es gibt es, es gibt es. Nein. Ich seh Flo gerade. Okay, okay, ich schaff das. Ich bin gerade in deiner Position. Und? Yeah. Yeah, mega nice. Rob Master 50 hat es allerdings noch nicht ganz geschafft. Ich glaube, es ist gleich vorbei. Und? Ey, er hat es doch noch geschafft. Nice. Zeit vorbei. Nächste Runde. Okay, wie viele, wie viele Tris habt ihr? Wie viele Punkte habt ihr? Äh. Hä? Wird das startiert? Oh, ich habe es zu. Ich glaube, Flo. Ach nee, das heißt, so viele, ja, ja, so viele Versuche hast du gebraucht. Aber wie schnell die alle sind. Okay, ich mache auch am schnellsten. Was? Oh, ich wäre fast im Ziel gewesen. Du hast den übelsten Skip gemacht. Ich weiß, Adler. Ich war die Erste, glaube ich. Oh mein Gott, das war so krass. Was? Sorry, sie haben es gesehen. Ich dachte, es war einer von den Pros. Oh, was? Wie habe ich das gemacht? Warte mal, ich kann mal durchskippen, wie es bei den anderen... Ich sehe Tops. Warte mal, wo ist Tops jetzt? So. Ähm. Tops, mach einfach... Boah, er hat auch so einen Skip gemacht. Mach so 70. 60, 70. Oh, das war zu wenig. Komm. Das war zu wenig. Ein bisschen schräger noch. Oh nein. Tops, das war so knapp. Jetzt holst du einfach einfach gerade. Räuchst du hier rein. Geh einfach gerade. Okay. Äh, 70. Bitte, bitte, bitte. Yeah. Und? Yes. Ja. Mega nice. Vorbei. Der hat es nicht mehr geschafft, der kleine Rockmaster. Oh, oh, oh. Oh doch. Wurde es noch gezählt? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, wenn du das machst und es geht so in der Zeit runter, dann zählt das noch. Okay. Zwei. Richtig. Ich bin in der Zeit. 78 Punkte. Okay, noch drei. Ja, vielleicht drei. Wir können das aber... Wir fangen erst mal an so hier. Zack. Oh nein, das war zu viel. 100 war eindeutig zu viel. Oh, ja, das war zu viel. Warte mal. Ich glaube, fast das ist richtig schlau, wenn man... Warte mal, könnten wir nicht eigentlich auch zur Seite? Okay, zack so. Oha, nicht zurück. Und jetzt theoretisch... Nee, man muss da, glaube ich, um die Ecke. Wie macht man schon schlaufen? Das ist so schwer. Hä, aber irgendwie... Oh nein. Dreh mich im Kreis. Okay. Oh man, die haben es schnell geschafft. Nein. Wie haben die das denn geschafft? Das ist echt gar nicht so einfach. Okay. Oh nein, das war zu wenig. Okay, nächster Versuch. Ja, das ist ungefähr. Nein, das war zu viel. Ja, ich hab's. Du bist drin? Das Spiel ist mein persönlicher Erzwein. Das Spiel ist tops Erzwein. Ah, bist du doch. So, da hab ich's. Ich versuche leicht rechts. Okay, ich bin... Ich schaff's auf jeden Fall. Ich schaff's gegen diese Ecken. Gegen die Ecken soll ich schießen? Ja, diese schrägen. Okay. Ja, fast. Hätte ich ein bisschen besser geämpft, wäre das wahrscheinlich sogar was geworden. Okay, warte mal. Ultra Boogie. Ich versuch's mal. Und? Nein, ich bin doch mal gewollt. Ach, zwar. Was ist denn jetzt los? Der Blau. Ultra Boogie. Was? Warte mal, ist Boogie drauf? Ja, das sind doch die Anzahl. Dropmaster. Okay. Agent K schafft es noch? Komm schon. Nein, das war zu viel. Du hast bei 100 reingegeben. Ja, sah echt so aus. Und der eine ist draußen. Althops, anfänglichste Runde. 95, okay? Traust du dich? 95. Okay, okay. Ich mach 96. Ja, ich bin voll easy. Wir machen 95, okay? Ja, ich mach 96. Und? Zack. Oh, das war ein Fehler. Oh nein. Das war keine gute Idee. Aber wenn man rollt theoretisch hier hinten. Oh mein Gott. Heftig. Oh, ich mach 100, ich mach 100, okay? Ich glaube. Nein. Obwohl. Wie kommt man denn da am besten durch? Da kommst du doch, wie kommst du denn hier jetzt durch? Das verstehe ich nicht. Ja, du musst vorbei, schnell sein. Okay, ich bin vorbei. Und jetzt bis ans Ziel? Ich sag 68. Siehst du mich hier? Boah, das war zu viel. Heftig. Wow. Okay, nochmal. Ich glaub, da war einer schon im Ziel, oder? Ja, ich hab's. Alter, guck mal, wo ich stehe. Wie soll ich denn da? Oh, Alter, Topps. Wo bist du, Topps? Ich kann mich auf hier stehen. Oh mein Gott. Schaff ich das von hier aus? Topps, ich hab's unmöglich. Ich hab's mit Softlock. Oh mein Gott. Komm schon. Ja, Triple Boogie. Das trinkt nicht, dann flieg ich drüber. Das hab ich schon probiert. Warte, wo ist Topps? Ja, guck, wo Topps ist. Das ist unmöglich. Der hat nicht mal herabgewehrt. Nee, du hab ich das. Du musst zurück, Topps. 95, 95. Ich glaub, du jetzt zurück musst. Oh nein. Das ist so unfair. Loch 10 sind wir jetzt schon. Oh mein Gott, was? Okay. Ich mach 100, okay. Ja, ich hab's. Heftig. Heftig. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Okay, Nummer 2. Oh nein. Der zweite war too much. Der zweite war too much. Nee. Jetzt hier. Oh, was ist mit dem Sand los? Der Sand macht sich da richtig gut. Oh, ich hab richtig gut. Oh, im Sand ist man voll langsam. 60, easy. 60. Nein. Und was? Drehgestellen? Okay, ich hab's auf jeden Fall geschafft. Ich glaub, mit 3 oder 4 Schüssen, was echt gut ist. Was ist los, Flo? Kriegst du's nicht hin? 67. Ja. Yeah, richtig gut. Topps ist schon drin, ne? Ja, ich bin schon drin. Ich hab's dieses Mal endlich mal geschafft. Nur Agent K hat's noch nicht geschafft. Nein, der rollt wieder runter. Das ist mir auch nicht ganz so passiert. Ja. Komm schon, du schaffst das. Und? Ich glaub an ihn. Pff. Er hat's geschafft. Nice. Und das noch vor Ablauf. Und wo stehen wir? Ich hab 93 Punkte. Ich hab 91 Punkte. Ist weniger, ist besser. Stimmt, wo ist besser? Ich glaub weniger, weniger Punkte. Okay, okay, Loch 11 sind wir jetzt. Ich glaube. Was ist für ein Loch? Boah, wie soll man das denn schaffen? Es gibt zwei Löcher. Warte mal. Okay, jetzt zieh du dich. Es gibt zwei Löcher. Hä, wie soll man da rüberkommen? Du musst nicht, du musst nicht da nach, äh, ganz oben. Ach so, man kann unten auch? Ja, ich bin schon unten. Okay, du bist unten. Oh nein. Im Sand, ich steck wieder im Sand fest. Und jetzt zu dem Loch da hinten? Ich hab's. Nein, ich bin gegen das Ding. Und? Quad Boogie. Zurück. Kein Bock mehr, jetzt bin ich raus. Okay, nice. Also, wie sieht's jetzt aus mit unserer Punktetafel? Oh nein, ich bin zurückgefallen. Aber Tops ist doch hinter mir. Ja. Ja, aber die sind nicht schwer. Boah. Nein, Spaß. Du kannst raufholen, Tops. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich mach 94, okay? Okay, jetzt hier rum. Und jetzt in das Loch da hinten, ja? Yo. 94 hätte ich ausgezahlt. Ich könnte noch in zwei machen. Oh no. Komm schon. Schaff ich das? Nee, ich schaff's nicht. Vögelchen. Loch 13 sind wir jetzt. Warte mal, wie sieht denn das jetzt hier aus? Man muss da irgendwie rüber. Hä, gibt's da überhaupt eine Bar? Das sieht aus wie ein Hunderter. Oh mein Gott. Oh krass. 98 ist es. Was? Wo bin ich denn? Moment mal. 98 sagst du. Ja, ja, ich hab 98. Ich bin richtig weit gekommen. Ich bin direkt neben dir. Oh mein Gott. Ich war an der selben Stelle, wo du warst, Flo. Ja, Tops. Ich hab's gesagt. 100 sollte man nicht machen. Das stimmt. Damit fliegt man irgendwie zu weit. Ich mach jetzt 88 so. Yes, der war perfekt. Ja, paar. Okay. Und jetzt darüber. Liegestell? What? Boah, das ist heftig. Link ist. Link ist. Nein, ich bin im Sand stecken geblieben. Pass auf, pass auf. Da brauchst du jetzt so 40, 45. Meinst du so viel? Ja, aus dem Sand rauszukommen. Nein. Nein. Oh nein, ich hab 30 gemacht. Okay. Ich hab's gesagt. Ja, gut, hattest recht. Fluss Platz 4. Krass. Ich bin direkt hinter dir, easy. Pass auf. Oh oh. Ja, aber du hast einen richtigen... Boah, das ist jetzt nicht so viel. Okay, ich weiß ungefähr in welcher Richtung. 75. 75? Nein, Flo, das war kein 75er. Das war das Gratis Minimum bei mir. Oh mein Gott. Okay, es muss mehr sein. 83. Ach, komm schon. Wieso komm ich da nicht rüber? Was ist los hier? Oh mein Gott. Ey, das wird richtig schwer gleich. Monate. Okay. Nein. Das war zu viel. Aber bin ich... Nee, ich bin immer noch am Anfang. Okay. Oh mein Gott. 2,90. 2,90. Okay, okay. Jetzt in die Ecke da. Nein. Ey, das wird schwer. Ey, die Runde ist sauschwer. Was? Ey, Tops, wie kann man das schaffen? Das ist fast unmöglich. Okay, rüber, rüber. Nice. Hoppen. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin ja... Oh mein Gott. Ich hab's rüber geschafft. Dann hat es mich in die Luft befördert. Unfair. Hä, wie geht das? Ja, du musst warten und dann... Oh mein Gott. Yeah. Ich hab's fast geschafft. Ja. Oh, ich war auch fast zum Ziel. Jetzt nur... Warte mal. Nur das kleine Stückchen hier. Ja, das ist gut. Oh, Trump. Luggy. Ja. Aber es hat... Oh, es war richtig knapp. Die Zeit ist vorbei. Nein, Flo. Oh, das war so knapp für dich. Knipp. Oh, ich bin hart gefallen. Oh, Flo, das hatte ich ganz schön nach hinten. Dings, ne? Aber wir haben noch Platz 4. Ja, immer noch besser als Tops. Das heißt, ich brauche jetzt noch 100 da. Oh nein. Oh, das war zu viel. Bist du auch draußen? Cool. Ich seh dich. Oh oh. Okay, warte. Das heißt, er sind 80er, oder? Ja, 80 war perfekt. 80 war perfekt. Ja. Oh, ich seh's. Ja, stimmt. Da kommst du noch raus. Oh, das war richtig gut. Und ich bin gleich am Ziel. Ich bin... Nein! Gleich am Ziel. So. Nein, das war zu viel. Easy. Oh man, Leute. Ich kann das manchmal so schlecht einschätzen. Jetzt. Ha. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall bin ich ein Level höher. Okay, Flo, let's go. Okay. Und jetzt. Runter, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nein! Nein. Aber okay, warte. Ich glaube, du musst warten, bevor es runter geht. Warte, warte, warte. Jetzt. Oder, ja gut. Und... Und das kleine Stück. Perfekt. Flo ist nur noch zwei Punkte vor mir. Oh mein Gott. Ja. Wird eng für dich, würde ich sagen. Das heißt 100. Da soll man hochkommen. Oh. Okay. Okay, warte mal. Ich habe einen Plan. Okay, berechnen, schließen und verlegen. Nein, ich bin zu spawnen zurück. Nein. Okay. Plan ist nicht ganz aufgegangen. Nein, ich bin draußen. Ja, ich habe verloren, glaube ich. Oh, das ist... Meinst du, wieso? Wie viele Punkte... Wie viele hast du gemacht? Oh mein Gott. Ich war ganz fast am Ende. Bist du vorbei? Ich bin drin. Was? Nein, ich bin aufs Bohnen. Einer steht am Rand. Einer steht komplett am Rand. Tops, hör auf, du warst drin, echt. Ich bin drin, ja. Hab ich geschafft. Okay, ich bin auch drin. Ja, ich... Und Flo ist draußen. Ich schaff's noch, ich schaff's noch. Ich schaff's noch, ich schaff's noch. Gewinn ich das Ganze? Wenn Flo jetzt es nicht schafft... Oh nein. Oh nein, der war so gut. Ja. Ich glaube, du bist vor mir. Ich glaube, du bist vor mir. Okay, wir werden wir gleich sehen, Leute. Ich habe Quatsch, Boogie. Wir machen... Wir haben ja mitten in der Runde angefangen. Wir vergleichen uns nicht mit den anderen, sondern nur untereinander. Von daher gucken wir mal, wer das Ganze jetzt unter uns gewonnen hat. Und... Mach sie, mal schauen. Nein. Yeah. Um einen Punkt hat alles Käse gewonnen und ist auf dem dritten Platz. Nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's dann hier mit unserer kleinen Runde aus diesem Golf-Resort. War richtig lustig. Ich glaube, das Spiel war auf jeden Fall nochmal. Das war mega cool. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Wir sehen uns dann, ähm... Ja, morgen um 15 Uhr in einem neuen Video. Bis dahin. Ich habe euch allen noch einen wundervollen Tag. Und hasta la pasta. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.